Areale sind komplex. Sie haben diverse Nutzungen und verschiedene Altersklassen von Gebäuden. Es gibt Bestandsgebäude, es gibt Neubauten und es gibt Erneuerungen. Der große Vorteil, den wir in Arealen sehen, sind die Synergien, die auftreten und die so gemeinsam genutzt werden können. Im Auftrag von Netzwerk Nachhaltiges Bau in Schweiz und dem Bundesamt für Energie entwickeln wir die Folgelösung für 2000 Watt Areale den Standard SNBS 23 Areal. Typische Entwicklerinnen für Areale sind institutionelle Bauherren, Baugenossenschaften sowie die öffentliche Hand. SNBS 23 Areal beruht auf dem bewährten Standard SNBS, der als gesamtheitliche Lösung die drei Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt abdeckt. Es ist einfach, es ist ganzheitlich und für die, die bereits zertifizierte Areale haben, werden auch eine maskenschneiderte Lösung für sich finden.